...herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz der Regionalliga-Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Entstand 0 zu 0 vor 1744 Zuschauern. Unserem Gästetrainer zur ersten Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Hallo zusammen. Es ist ganz schwer, gerade ein Fazit zu zoomen und zu finden. Gefühlsfeld kann man auch nicht wirklich beschreiben. Die Jungs haben hängende Köpfe, obwohl wir immer noch umgeschlagen sind, obwohl wir Dritter sind. Ich glaube, man hat heute ein Spiel gesehen mit vielen Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Obwohl der Schiria, glaube ich, in vielen Situationen das Spiel nicht im Griff hatte, da hätte er öfters mal einfach laufen lassen sollen. Aber ich glaube, das Problem haben wir schon seit Wochen. Ich glaube, jede Mannschaft. Ich glaube, wir sind in der ersten Hälfte, haben wir ein klein bisschen mehr Spielanteile. Wir finden aber nicht wirklich die Torschanken. Ich glaube, wir haben zwei halbe Chancen aus der Standards heraus. Den ganz großen Moment, die 1000-Prozent-Liga hat BFC in der ersten Hälfte. Da muss man natürlich in Robert Zickert ein riesen Kompliment machen, wie er dann einen 40-Meter-Sprint ansetzt und auf der Linie den Ball noch von der Linie kratzt. In der zweiten Hälfte, glaube ich, sind wir ganz klar Spielüberlegen. Wir haben auch zwei Momente mit dem Freistoß und in der 68. mit Schulze mit dem Schuss, wo der Torwart überragend hält. Aber ansonsten tun wir uns halt sehr schwer. Ob es wirklich an dem Stadion liegt, dass wir seit 20 Jahren hier nicht wirklich gewonnen haben oder woran es liegt, wissen wir momentan auch nicht genau. Vielleicht wäre es für uns mal ganz gut, ein Spiel zu verlieren, um die Köpfe freizukriegen. Ich glaube, damit kämpfen wir gerade ein bisschen mehr, dass die Spieler nicht diesen letzten Willen zeigen, den wir am Anfang der Phase in der Saison hatten, vorne hochzupressen, wirklich ohne sich einen Kopf zu machen, was passieren kann, den Willen am Schluss das Tor machen zu wollen. Da hatten wir heute auch zwei, drei Momente, wo du einfach siehst, dass nicht der letzte Wille da ist. Ich weiß, dass es immer schwer ist, so etwas zu sagen mit den Jungs, aber sie haben natürlich im Kopf keinen Fehler zu machen. Sie wollen jetzt oben dranbleiben. Sie wollten heute wieder mit Hertha die Tabellenführer holen. Da hat man natürlich dann auch mal einen Kopf, nicht den Meter mehr zu machen. Vielleicht kommt dann der Konter. Das ist halt gerade mal unser Problem. Nein, auch wenn wir gerne alles gewinnen möchten, wäre es, glaube ich, für den Kopf mal ganz gut, ein Spiel zu verlieren, so kurios sich das anhört. Aber wie gesagt, wir sind weiterhin ungeschlagen, auch wenn wir es momentan äußerlich nicht so zeigen, dass wir uns darüber freuen, über den Punkt. Aber ich glaube, am Ende ist der Punkt für beide Seiten verdient. Dankeschön. Danke sehr. Christian, dein Fazit. Ich wünsche, du hättest dein Mann schon vor dem Spiel gesagt, ruhig mal eins verlieren. Wir wussten, was ja heute für eine starke Mannschaft zu uns kommt. Es war eigentlich klar, dass wir diesen Kampf komplett annehmen müssen, weil die Lok wirklich körperlich sehr dominant sein kann. Und sie das auch in ihrem 3-5-2 richtig gut machen. Über die Achter, wie sie den Anpressen, richtig Druck machen. Da wollten wir uns von Anfang an rausspielen. Wir müssen mal gucken, dass unsere zweite Halbzeit in Erfurt oder nach dem 1-0 für uns in Erfurt, waren wir komplett nur noch passiv. Da haben wir die ganze Woche dran gearbeitet, dass wir aktiv sein wollen, dass es uns auch darum geht, den Ball zurückzuerobern. Das haben wir bis auf 4-5 Minuten heute, zweite Halbzeit, haben wir das eigentlich gut gemacht. Die Mannschaft hat die Woche richtig gut gearbeitet, weil sie sich zum allerersten Mal mit eingebracht hat, wo sie gemerkt haben, das funktioniert nicht mit den Abläufen, haben die Schwierigkeiten. Wo einfach mal klar wurde, woran liegt es überhaupt, wenn du fünf Spiele in der Folge nicht gewonnen hast. Wir wollten heute mit aller Macht dieses Spiel gewinnen. Und ich denke, das hat man der Mannschaft auch von Anfang an angemerkt. Dann hast du wieder das Problem, wo wir eine starke Phase haben und pressen. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen hatte ich das hier schon mal gesagt. Matthias Lewandowski, Lukas Kröger, Ando Bolecki, wenn sie dann vorne wirklich komplett draufmarschieren und den Ball dann haben, sind sie immer noch so wild im Kopf. Lukas könnte ja auf dem Ball Tor draufschreiben und eine Schleife drum binden. Normalerweise musst du den machen. Aber das ist halt diese nicht jugendliche Leichter, diese jugendliche Hektik, die uns dann daran hindert, das Tor zu machen. Und ich glaube schon, da kannst du mit Mainz-Tor in die Pause gehen, dann spielt sich das immer ein bisschen leichter. Wir wussten auch, dass es brutale Standards spielt. Lok-Leipzig hat man bei jeder Geschichte gemerkt, das haben wir unsere Verteidigung die Woche nochmal umgestellt, weil wir vier Gegentore schon nach Stanz bekommen haben. Wir haben das nochmal glattgezogen lassen, keinen mehr vorne auf der Mittellinie. Wir verteidigen wirklich zuallererst mal unser Tor. Und die Einstellung war heute wieder absolut top, was die Jungs gezeigt haben. Kann man natürlich dann sagen, oh, jetzt habt ihr das sechste Spiel in Folge nicht gewonnen. Aber für uns heute gefühlt mit den zehn Mann, wo Andi Pollerstadt noch runter ist, gebe ich dir vollkommen recht, dass es ein gerechtes Unentschieden am Ende ist. Für uns fühlt es sich heute sogar ein bisschen mehr an, wenn wir merken, wir sind wieder auf dem Weg, wo wir schon mal waren, bevor wir dann irgendwann mal ein Spiel verloren haben. Wenn wir immer so an die Spieler angehen, dann denke ich, dann werden wir uns auch wieder so weiterentwickeln, dass wir noch besser werden und auch wieder das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, wir können zufrieden sein mit dem Auftritt der Jungs. Also alles gut. Dankeschön. Dankeschön, Christian. Eine Sache noch. Gute Besserung an Patrick. Wir sehen es hoffentlich kein Joch beim Bruch. Drücken wir die Daumen. Also gute Besserung von uns. Ja, Dankeschön. Also nicht die Verwirrung jetzt nicht Fotografen, Patrick, sondern die Nummer 14 von Leipzig. Ja, dann noch die Chance für die Pressevertreter, Fragen an die Trainer zu stellen. Gut, heute eine kurze PK. Doch noch eine Frage. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel direkt zu tun, weil Sie jetzt schon alles umfangreich gesagt haben, aber ich hatte einen Redaktionsauftrag, der Jan Wasshausen vom HFC hat vorgeschlagen, doch wieder zu einer Spielzeit zurückzukommen von Anfang Frühling bis Ende Herbst. Und ich möchte heute vier Stunden empfangen, was Sie denn von diesem Vorschlag halten würden? Also ich kenne den Jan schon ganz lange aus Braunschweiler Zeiten. Das ist ein feiner Junge, macht sich zu Recht über die richtigen Gedanken. Schöne Grüße, wenn Sie mal sehen. Klingt ganz gut. Warum wären Sie dafür? Weil der Winter so doof ist. Ich schließe mich einfach nur an. Dass der Winter doof ist. Wir haben keine Rasenerhaltung Pflicht. Die Bundesliga kannst du das ganze Jahr durchspielen, das ist kein Problem. Vor allem am Dezember nach Auerbach. Schönen guten Tag. Ja, das war auch ein hasses Schlusswort. Winter ist doof. Also lassen wir Sie noch jetzt in die Sonne. Bis dahin, wir sehen uns am nächsten Samstag in Cottbus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.